Wollt ihr mich verarschen? Wie soll ich denn eigentlich hier reinkommen? Muss ich da rechts irgendwie in so einen Abfluss? Oder meint ihr, das ist da oben der Abfluss? Ich hab keine Ahnung. Hättest mal die Cam draufgehalten, wäre Fanny gewesen. Ja, das wäre bestimmt richtig lustig gewesen. Ihr hättet das bestimmt richtig lustig gefunden, wenn ich sowas gezeigt hätte. Klar, bestimmt. Auf jeden Fall. Warte mal, bis du ein Kind hast und dich dann ankackt. Bestes Erlebnis als Mama. Ja, aber ich mein, das ist was anderes. So, ich mein, das ist dein eigenes Kind. So, das ist, es ist ein Unterschied. Ja, das wäre bestimmt auch richtig eklig. Ich glaube, ich würde sogar kotzen. Ich mein, Babykacke stinkt des Todes. Wäre ja jemals schon mal irgendwie ein Pampers gewechselt hat oder so, der weiß Bescheid. Das ist abartig. Aber weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich da so ein Problem mit hätte. Lustig schon, aber dann nur mit einer Nosulus Rift. Ich glaube, wenn wir die benutzt hätten, Leute, dann wäre sie durchge... Also, dann wäre sie wirklich durchgeschimmelt heute. Oh, das ist... Oh, abartig, wirklich. Und deswegen habe ich halt gerade auch so geguckt. Ich muss jetzt mal gucken, ob wir da irgendwo in den Abfluss reinkommen. Ich weiß nicht, ich muss eben schauen. Ich hoffe, mich anzuvisieren. Ja, sag ich doch. Mist, der war doch klar. Oh, ein Auto. Sogar noch... What? Alter, ich glaube, wir haben das Gebiet der Mafia gefunden. Was? Habt ihr gerade gesehen, was das Wasser... Ich weiß halt nicht mal, ob ich irgendwie einen Blick dafür drauf hatte gerade. Aber habt ihr gerade gesehen? Da waren überall Menschen festgebunden. Okay, warte mal. Welche Zacken war da unten, ne? Hi, Alligator, was geht? Kommt so, Mama! Autsch. Vielleicht sollten wir vielleicht ein bisschen in Deckung gehen. So easy ist er noch nicht. Na, wer dreht hier heute wen, ne? Ist heute Freitag. Jo, Mario, was geht? Wie geht's dir, Mann? Äh, ey, die Spiele ist so geil. Das macht so Laune. Das ist unnormal. Ich meine, man macht wirklich nicht viel, ne? Aber das Ziel ist halt, größer zu werden und die Bereiche zu entdecken und halt Missionen zu machen. Ein paar Leute zu fressen und so. Aber ohne Scheiß hat Shakira fein gemacht. Ist so. Ja, Mann. Das macht so Spaß. Das kann man sich... Also, ich finde das mega witzig. Und dabei sieht das Spiel auch noch relativ hübsch aus sogar. Hätte ich nicht erwartet. Allöchen, zacke, Barsche. Ah, hier, Entsorgungsdienst. Der Dixi-Mafia. Wir sind in der Lage, extrem viel Wasser aufzunehmen, um Beute aufzusaugen. Vor allem Dixi-Mafia, weißt du? Alter, was willst du denn? Ey. Die Schnauze voll, ne? Ja, okay, zwei Stück. Tag-Team-Fight, oder was? Okay, Shakira. Jetzt ist ja time to shine, Alter. Time to shine. Time to shine. Okay, okay, okay. Ihr wollt beide Stress, Alter, könnt ihr haben. Ist kein Problem. Aua. Au, 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 das wollt ihr nicht. Hat sich ein Fischlader gerade sehr gut eingemischt. Der hat gesessen, Mann. Shakira, lass dich nicht unterkriegen. Ah, nein. Nein, 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 nein. Oh, fuck. Wir brauchen schnell einen Fisch, Fisch, schnell einen Fisch, schnell einen Fisch, schnell einen Fisch, schnell einen Fisch. Wo sind die Fische? Wo sind die Fische? Da sind die Fische. Ah, fuck you. Das gibt's doch nicht. Großen, 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 bitte. Großen, großen, großen. Großen. Wuh. Komm, das kriegen wir doch hin, Alter. Haben wir keinen Fisch mehr? Oh, oh, oh. Ah, vielleicht mal eben kurz hier hoch. Kein Fisch mehr da? Doch. Komm gleich wieder, ihr Süßen. Ach, ihr kommt uns hinterher, das ist ja nett. Wuh. Oh, was? Willst du mich gerade verarschen? Du Drecksau, Alter. Immer noch nicht tot. Du bist ein Pisser, weißt du das eigentlich? Wie sollt ihr schwimmen? Trinkt Josie genug. Ich hab vorhin extra, bevor, also ich mach immer, bevor ich den Stream anfange, schaue ich immer noch mal nach, ob sie was zu trinken hat. Und ich hatte auch vorhin erstmal nochmal, ich glaube, es liegt eher am Futter. Ähm, das, es wurde vor, vor ein paar Tagen, vor ein paar Tagen wurde das Futter umgestellt. Und, ähm, ich glaube, damit ist sie noch nicht so recht zufrieden. Weil am ersten Tag, wo, wo das Futter dann umgestellt wurde, wo sie gegessen hatte, ähm, hatte sie auch diesen dünnen Pfiff. Ja, glücklicherweise hat sie sich da bemerkbar gemacht. Was sie jetzt gerade leider nicht getan hat. Weil ich glaube, dass sie das Futter vielleicht noch nicht so ganz so gut verträgt. Also entweder ist es die Umgewöhnung oder sie verträgt es halt wirklich nicht, ne? Das ist halt, sie hat jetzt seit einer Woche das Futter ungefähr, nicht mal, ne, nicht mal. Könnte halt sein, ne? Ausgewachsen, was sind wir denn ausgewachsen, Alter? Holy shit, wir sind bald ausgewachsen, Leute. So. Barracuda, töte den Spitzenpredator. Dann haben wir hier einen Mund wie eine Kloake, zerstöre das Ziel. Und friss fünf Menschen, müssen wir noch machen. Erstmal, ganz kurz, Dariam oder Dariam, vielen Dank für fünf Monate. Für den Resub, willkommen zurück, Mann. Dankeschön für deinen Support. Vielen, vielen herzlichen Dank, wirklich. So. Was wir jetzt noch machen müssen, ist wie... Oh, lol. Ich glaube, wir haben einen... Da sind die Menschen, Alter, die können wir auch essen, vor allem. So krass. Die sind halt ein bisschen sehr aggressiv, kann das sein? Oh, oh. Ich versichere der Antolini-Verbrecherfamilie, dass dieses Material keineswegs im finalen Schnitt unserer Sendung verwendet wird. Parkplatz für Pätzen, Alter. Holy shit, ey. Einfach wie Boxsäcke. Okay, komm. Scheiß drauf. Bootsangriffe geschehen oft unerwartet und ohne jegliche offenkundige Provokation. Oh, fuck, oh, fuck. Die hauen schon gut rein, ey. Oh, lol. Da müssen wir aufpassen. Da dürfen wir uns nicht... Da dürfen wir uns nicht treffen lassen, so oft. Ist nicht so gut. Ich vergesse auch die ganze Zeit immer, dass wir Double-Jump pumpen. Alter, hör doch mal auf! Holy shit, die ballern ja richtig gut rein. Wer ist jetzt hier die Mafia, hä? Müssen wir auf jeden Fall mal eben kurz was fressen. Aua, aua, aua. Lass mich in Ruhe. Oh, ohne Witz. Diese Kackpratze hier, die ist so nervig. So, wo sind die Buddys? Da haben wir sie. Küsschen! Bullenhaie scheinen eine per... Fred McCord. Den kenne ich nicht von Adam. Wenn er andere Fischer tötet, geht das doch nur die und ihn an, oder? So, Mafia mal eben kurz ausgeclirrt, ne? Tschüss, Mafia. Macht's gut. War schön mit euch. Alter, guck mal, was die hier gemacht haben, ey. Das sind einfach alles Leichen. Die ganze Karre hier. Holy shit. So, das finde ich... Das liebe ich halt immer sehr, sehr gerne, ne? Wenn man Maps erkundet und dann einfach nur die Umgebung hat und die Umgebung erzählt eine Geschichte. Ich finde das so interessant. Guckt euch mal hier die... Alter, guckt euch mal die Skelette mit den Zementfüßen an, mit den Zementschuhen, Alter. Haha. Voll geil. Shakir hat euch alle gerecht. Keine Sorge. Pätzen mag keiner, ist richtig. Wenn man sich fürs Essen gehen auf Hochglanz poliert, ausgewachsen. Alter, Mario, Junge. Mario, Mario, weißt du, der... Ich glaube, der wurde wieder angelockt davon. Ohne Witz wärst du vorhin da gewesen, Mario. Das wäre wirklich dein Moment gewesen. Vorhin waren die Hai-Wortspiele sehr, sehr groß im Kommen hier gerade bei uns im Chat. Da hättest du da sein müssen. Mafia müsste ich auch mal zocken. Ja, vor allem halt hier Mafia, Mafia, ähm, 2. Mafia 2 habe ich so geliebt, Alter. War richtig nice. Na gut, ich bin weg. War heute gut dabei. Es war wieder sehr schön mit euch. Gute Nacht, viel Spaß wünsche ich euch. Tanne, Chrissy, schlaf schön. Komm gut ins Bettchen und bis zum nächsten Mal. So. Wir haben jetzt gerade noch eine aktive Aufgabe. Töte den Spitzenpredator. Wo sollen wir das denn machen? Warte mal, wir haben hier wieder ein... Warte mal, wir haben... Wir haben ein Fragezeichen. Oh, was ist das denn? Ähm. Ich glaube, wir müssen nochmal hier rein. Wir Zeit. Da ist nämlich eine Kiste, habe ich gesehen, Leute. Upgrades. Läuft das Spiel denn einigermaßen flüssig im Stream? Also, ich habe halt bisher nur ein paar Mikroruckler manchmal. Aber sonst geht es eigentlich. Hier kommen wir noch nicht weiter. Okay. Näh. Scheiße. Da kommen wir noch nicht weiter. Wir müssen aber irgendwie da rein. Also müssen wir... Können wir hier noch nicht das aufklären, glaube ich. Schade. Schade, schade, Marmelade. Hätte ich schon gern gesehen jetzt. War nur am Anfang, dann eigentlich nicht mehr. Hier, das können wir nicht aufmachen. Och, nö. Wie zum Teufel, so kommen wir da rein. Von oben vielleicht? Nee, oder? Oh, doch. Oh ja, let's go. Shakira, entgeht nix. Nein, nein, äh, bitte einmal. Super gemacht, Shakira. Wirklich. Sehr schön. Hallo. Na? Was geht? Der Appetit dieses Heiß ist fast unersättlich. Hm, ich weiß. Warum sollte man auch aufhören zu essen? Ich meine, das schmeckt doch gut. Wenn es gut schmeckt, doppelt reinhauen. Also ernsthaft. Was für ein geiler Sprung. Okay, ähm. Ähm. Shakira. Shakira, mach keinen Scheiß jetzt hier. Jetzt hör mal bitte auf jetzt. Wieso heißt dieser Heiß so? Ich denk mir jedes Mal nur, hä? Ja, wegen... Shark... Shakira. Shark... Achso, achso, du meinst, weil das so klingt wie du, oder was? Achso, okay. Das macht auch Sinn. Ja, sorry. War voll nicht Absicht. Unten durch kommen wir nicht. Ich glaube, wir müssen schon wieder hier rausspringen. Ich glaube, ich springe nur einfach zu schlecht. Komm, Shakira, mach's wie Free Willy, Mann, komm. Einfach springen. Du musst nur springen. Du kannst nicht so hoch. Doch, ich muss so hoch können, sonst würde ich hier gar nicht reinkommen. Komm, Shakira, komm jetzt! Das muss funktionieren. Das muss funktionieren. Ich glaube, ich springe einfach nur zu weit geradeaus, nach oben. Das ist das Ding. In Notfall Schnellreise, ja gut, das geht auch. Stimmt, Alter. Könnte ich auch machen. Natürlich. Ich kann ja einfach in die Grotte reinballern. Abgeschlossen. Das brauchen wir noch. Was haben wir denn sonst noch gerade als... Oh, Barracudas. Okay, wo ist das? Das ist... Wo? Ah, Leute, wir müssen ja sowieso hier hinten. Ja, komm, auf geht's. Ab in die Höhle. When you try your best, but you don't succeed. Das Heiweidchen kehrt wieder einmal in seinen Rückzugsort ein. Das ist richtig. Für 10.000 können wir es wieder verbessern. Auf geht's. Ja. Noch mehr. Noch mehr. Noch mehr. Was ist hier mit? Jawohl, auf geht's. Zack, das Sonar noch mal ein bisschen krasser gemacht. Bis zum nächsten Mal brauchen wir 10.000. Let's go. Was sind wir jetzt? Was sind wir für Level 7? Wir sind fast Level 8. Komm schon, das kriegen wir doch wohl noch heute hin, oder nicht? Level 10 hier. Heute. Spielt haben wir. Easy. Shakira haben wir. Kein Scheiß. So. Hat doch ganz gut funktioniert. Oder nicht? Alter. Das ist so krass, das Sonar jetzt, ne? Holy shit. Wie ist das eigentlich in Wirklichkeit, Leute? Wie weit kann ein Hai sowas aufspüren? Keine Ahnung. Oh lol. Guck mal hier. Frisch aus dem Lauf-Tunnel-Hähnchen halten sind sie gestorben. Ich weiß zwar nicht warum, aber... Ui, guck mal, wie süß. Das längste Date der Welt. Wenn die örtlichen Polizeibehörden einen Streit um Zuständigkeit schlichten, bleiben diese beiden eine beliebte Attraktion für Selfie-süchtige Schnorchler. Voll geil, Alter. Und sowas finde ich halt cool, ne? Dass man hier sehr viel entdecken kann auf der Map. Ich meine, guck mal, wir sind in zwei Gebieten jetzt unterwegs gewesen, wie viel wir unter Wasser hier schon entdeckt haben. Das ist halt schon... Das ist halt schon cool gemacht. So. Der Spitzenpredator, der muss jetzt hier ran, oder wat? Bleib hier! Glauben, hackt's? So. Ach ja. Was für Reiß-Szene. Ah, Leute. Jetzt seid ihr... Jetzt hätte ich das nicht ansprechen dürfen. Jetzt sind sie schon wieder drin. Topst die Auto auch immer einen raus. Irgendwas mit High im Wort. Komm, kriegst du doch hin, oder nicht? Oh, Rückwärts-Seilto. Habt ihr gesehen? Und jetzt springen! Hui! Das ist so cool. Alter, ist die gerade ausgewichen? Will die mich verarschen? Schildkröde? Oh, Kiste. Oh ja, Masse finde ich gut. Hör mal. Wir sind in der Masse-Phase, Leute. Jetzt ist es soweit. Wir entwickeln uns. Ich weiß nicht, was die Maximalgröße hier ist. Ein Albtraum mit Fangzähnen. Der Barracuda. Äh, what? What? Was ist mit ihm denn los, Alter? Kann das sein, dass er ein bisschen hyperaktiv ist? Alle guten Dinger sind high. Okay, habt ihr gesehen? Der geile Barracuda. Leute, das passiert mit euch, wenn ihr Drogen nehmt. Ne? Ich meine ja nur. Da, komm da. Hallo? Na, du? Bock auf ein bisschen Stress, oder was? Oh, Alter. Oh, what? What? Get level 10. Alter, Alter, die Drecksau. Oh, Vorsicht. Oh, Vorsicht. Oh, Vorsicht. Okay, ich könnte was zu essen vertragen. Uh. Weiter, aua. Alter, Alter, Alter. Fuck. Okay, ähm. Ich sollte was zu essen besorgen. Ganz schnell, aber ganz schnell. Aber ganz schnell. Holy shit, Alter. Okay, okay, das hat gut gesessen. Super, Shakira, macht ein Backe mal kaputt. Autsch. Jetzt bist du dran, mein Freund. Autsch. Aua. Ins Gesicht. Putz. Und jetzt. Mann. Nein, scheiße. Ich bin einfach davon. Man will nämlich verarschen. Takuda. Die meisten denken bei diesem Wort an den Titel eines klassischen Rock-Senders. Hahaha. Ist dir bewusst, dass es auch ein Fisch ist? Nee, wusste ich tatsächlich nicht. Es stimmt. Ja. Siehste, Maki, die haben uns erhöht. Habt ihr... Erhöht. Die haben uns erhört. Hast du gehört, Maki? Die haben... Die wussten genau Bescheid, Alter. Guten Abend, Joina. Hi. Guten Tag. Ein Happen für Papa. Wie nennt man einen Hai, der nicht an Gott glaubt? Heide. Knochenzähne, Junge. Das Knochen-Evolution-Set fügt Schadenswiderstand hinzu und ist beim Bootkampf am effektivsten. Besiege andere Spitzenpredatoren, um alle Teile des Sets zu ersammeln. Barakuda, dringst gehen auf mich. Hahaha. Das Knochen-Evolution-Set fügt Schadenswiderstand hinzu.